Von einem geliebten Menschen für immer Abschied zu nehmen, fällt schwer. Wir vom Bestattungshaus Maik Fahrentholz stehen Ihnen in dieser schlimmen Zeit als einfühlsamer Partner zur Seite. Wir übernehmen die Organisation einer würdevollen Trauerfeier und entlasten Sie von notwendigen Formalitäten sowie allen Dienstleistungen, die mit dem Tod eines Menschen verbunden sind. Seriös und zuverlässig begleiten wir Sie. Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung.